Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Club Zero, der am 28. März in den deutschen Kinos startet. Ich bin jetzt du und hab meinen eigenen Club Zero dabei, nämlich einmal die Schlogger, hallo Schlogger. Jam, jam, jam. Und einmal die MJ, hallo. Hallo. Ja. Okay, Punkt an Schlogger, das hat mich willkommen. So fängt man eine Besprechung zu diesem Film wirklich gut an. Tja, Club Zero ist der neue Film der österreichischen Regisseurin Jessica Hausner, die davor Sachen gedreht hat, wie unter anderem Little Joe oder Lurch. Der Film lief letztes Jahr bereits, glaube ich, in Canvas und kam da nicht so gut an, hat auch nichts gewonnen in Sachen Preise, zumindest sehe ich hier gerade nichts aufgelistet. Und wir konnten ihn jetzt sehen und wir werden euch jetzt sagen, ob die ganzen bösen Kritiken gerechtfertigt sind oder ob wir finden, dass es sich hier vielleicht um ein kleines Meisterwerk, um ein Gourmetkino handelt. Aber bevor wir das herausfinden, müssen wir erst eine Sache klären, nämlich worum geht es in Club Zero und Schlogger hat die Antwort für uns. Um Nom Nom oder eben nicht Nom Nom. Denn wir befinden uns hier in einer Schule und die Hauptfigur, beziehungsweise sie steht im Mittelpunkt des Films, wird eine Lehrerin sein, gespielt von, wie heißt sie, Mia Wasikowska. Wasikowska, genau, Miss Nowak und sie spielt eine Lehrerin, die einen Unterricht über bewusstes Ernähren anbietet, in dem sich dann auch, es sind unter zehn Schüler und Schülerinnen, dann finden werden und sie wird ihren Schülerinnen und Schülern beibringen, wie wenig Essen man tatsächlich braucht. Ja, vielen Dank. Was mich gerade so ein bisschen irritiert, ich habe hier so eine Seite auf, wo ein paar Fakten zu dem Film stehen und da wird der Film kategorisiert als Drama, kann ich verstehen, und als Thriller. Könnt ihr verstehen, warum der hier als Thriller deklariert worden ist? Ja, vielleicht ein ganz bisschen wegen, wegen die Richtung, in die es am Ende geht, so ein ganz kleines bisschen. Wie würdest du es denn, was wäre es für ein Genre, was wäre es für dich denn, Drama? Für mich wäre es tatsächlich Drama, aber hauptsächlich Satire. Ich habe den als Satire wahrgenommen. Wie hast du den wahrgenommen, MJ? Ja, auch eher, also Dramedy, wobei weniger, es war eher so eine skurrile Herangehensweise und ja, also ich würde nicht sagen, dass es jetzt noch eine Komödie war, dass du das auf keinen Fall, aber es war schon bitterböse stellenweise. Ich würde den Film, glaube ich, grob bezeichnen als polemischer Wes Anderson Film, weil er mit Wes Anderson gemeinsam hat, dass er auch so eine sehr klare, symmetrische Ästhetik verfolgt und eine ganz klare Stilisierung auch hat, auch wie der Film erzählt wird von der Bildsprache her. Also ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie oft der Film oder die Szene damit anfängt, dass die Kamera rein- oder rauszoomt. Das sind halt auch sehr statische Bilder und die Bilder haben auch seltene richtige Dynamik. Und irgendwie passt es dann auch wieder zu der Welt, in der dieser Film spielt, weil diese Welt wirkt auch mich auch, also ich bin ganz froh, dass unsere in Anführungszeichen reale Welt dann doch ein bisschen anders ist als die, die hier gezeigt wird. Wie hast du das wahrgenommen, Schlörger? Also dieser Film, ja, inszeniert Wes Anderson, an den musste ich ein bisschen denken wegen der Kostüme, die war so ein bisschen farbenfroh, kreativ, nicht, dass die irgendwie, ich glaube, es gibt Menschen, die laufen so rum im Alltag, also die sind jetzt nicht übertrieben, aber die sind schon aufgefallen. Na MJ, wir saßen ja nebeneinander im Kino und haben uns manchmal gefreut, wie die da ausstaffiert waren, teilweise. Aber trotz der Inszenierung, die interessant war, mir hat einfach die ganze Erzählweise der Geschichte, die hat mich total rausgerissen, weil die irgendwie total langweilig war. Und ich weiß nicht, ob es langweilig war, aber mir hat es überhaupt nichts gegeben, wie der Film erzählt wurde. Ich weiß, was du meinst, ich weiß nicht, ob für mich die Begrifflichkeit langweilig da passt, aber mir würde jetzt auch keine Alternative dazu einfallen. Es ist, also, da sind halt so Sachen drin, wo ich mir denke, ja, ich habe das schon tausendmal in anderer Art und Weise auch gesehen, zum Beispiel halt eben, sie machen halt diesen Club auf und es ist natürlich so, dass die Erwachsenen, gerade die Eltern sich nicht wirklich um die Kinder kümmern, die kümmern sich dann mehr um sich selbst. Dass die einzige oder die einzige erwachsene Person außerhalb der Schule, die sich wirklich um ihren Sohn kümmert, ist die alleineziehende Mutter, die auch nicht reich ist. Da haben wir auch wieder so dieses, ja, dieses Klischee von wegen, die reichen Eltern, die halt mit irgendeiner Haushälterin da leben und die sich auch nicht wirklich um ihre Tochter kümmern. Ich kann schon verstehen, woher das kommt, aber irgendwie hat es auf mich halt immer so die Wirkung gehabt, dass der Film seine Thematik dann doch vielleicht gar nicht so richtig ernst nimmt, sondern vielleicht auch ein bisschen einfach nur nutzt, um halt eben so ein bisschen zu provozieren. Und gerade gegen Ende, ich glaube, wir wissen alle, was ich meine, wenn ich sage, am Ende gibt es ja wirklich eine Szene, wenn man aus dem Film rauskommt, ist das die erste Szene, in der man redet, weil der ja auch so ein bisschen so ein Schockvalue hat. Und ich muss auch sagen, ich habe die Szene nicht komplett gesehen, weil auch ich irgendwann dachte, ich muss jetzt die Augen zumachen, denn ansonsten kotze ich euch gleich für die Füße. Passt ja. Ja, also der Film, der Film war für mich sehr darauf aus, auf, ich würde nicht sagen billige Art und Weise, aber auf sehr einfache Art und Weise zu provozieren und verliert dadurch aber irgendwie, finde ich, seine Thematik so ein bisschen aus dem Auge. Ich fand es gar nicht, ihr habt jetzt gesagt Satire, also Comedy haben wir ja schon gesagt, ist es nicht. Auch Satire finde ich nicht. Also irgendwie, ich finde den Film dafür dann doch, dass er sich zu ernst nimmt. Also es ist jetzt, klar, ist jetzt, wir hatten vorher kurz gesagt, MJ, du meinst, es ist wie eine Art die Welle, nur mit Ernährung. Also es hatte mir Welle-Vibes gegeben tatsächlich, ja, ja. Genau, ist die Welle für euch, ist die Welle eine Satire? Nein, nein, aber es hatte diese, diese, diese Tonalität, da ist eine Autorität und, und dann wird halt, findet eine Formierung statt. Also, noch das, also das meinte ich damit. Genau, das verstehe ich auch, aber das hat der Film irgendwie, ich muss ja vorhin dann sagen, ich war total gespannt auf den Film, weil als, Teenie haben mich die Themen Magersucht und Ernährungsprobleme und Sekten ultra interessiert. Ich habe da jedes Jugendbuch gelesen, was ich in die Hand bekommen habe. Und trotzdem hat dieser Film, der beides verbindet, mich überhaupt gar nicht gekriegt, obwohl es irgendwie spannend war. Du hast eben die unterschiedlichen Schüler, wir haben hier eine Perfektionistin, das passt ja zu dem ganzen Ernährungsproblem-Ding aus der reichen Familie. Wir haben eine Sportlerin, die vielleicht schlanker sein will. Wir haben den Außenseiter, der nirgends reinpasst. Den Mitläufer, das sind alles schon Gruppen, kleine Stereotypen, die da reinpassen. Aber trotzdem war der Film so, ich habe jetzt in der Mangelung besseren Wortes langweilig gesagt, der hat mich auf keinster Weise bekommen. Und ich kann nicht genau sagen, woran es liegt. Aber der ist irgendwie so hingeplätschert, Dinge passieren. Und es ist auch alles irgendwie schrecklich, was da passiert. Aber es war für mich keine Satire. Der war für mich, die bildliche Inszenierung hat mich nicht gekriegt. Die Geschichte an sich, die eigentlich ja das ist, was mich interessiert, hat mich auch nicht gekriegt. Ich weiß gar nicht, was da los war. Es tut mir echt leid. Also mich hat es tatsächlich die ganze Zeit gekriegt. Also ich war total dabei. Ich habe mich auch immer gefreut, wenn diese langen Szenen stattgefunden haben und ich Sachen ergründen konnte. Oder mir halt die Ästhetik des Films halt anschauen konnte. Also zum Beispiel gibt es diese Anfangsszene, wo die aus dem Gebäude kommt, die Lehrerin, die Miss Nowak und läuft zum Beispiel immer diesen Grat zwischen Licht und Schatten entlang. Und es ist so ein Slow-Mo gemacht, aber das fand ich total interessant. Also da war halt schon klar, worin das, in welche Richtung das geht. Und ich glaube, was schwierig ist, tatsächlich ist, dass es durchweg so eine emotionale Distanz schafft. Also die Charaktere sind emotional distanziert zu den Eltern, gegenüber, also sich selbst gegenüber, untereinander. Dadurch hat das immer so eine Theaterinszenierung. Also wirkt wie eine Theaterinszenierung. Und ich glaube, das macht es halt irgendwie auch schwer. Also es gibt ja dann auch die Momente, die eigentlich hochemotional sind. Und da sehen wir sie nur von hinten, die Darsteller. Weil man eigentlich keine wirklichen Gesichtsemotionen fassen möchte. Und das ist eine... Das gefällt mir ja. Ja, aber das ist halt, ja und das ist glaube ich diese ganz spezielle Ästhetik dieses Films. Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Also mich hat das auch tatsächlich nicht im Mark getroffen, was dann passiert ist, tatsächlich. Sondern es war eher so, okay krass und wie geht man jetzt damit um? Also und das war ja das Furchtbare daran. Also das fand ich ja eher schockierend. Und auch was du meintest, du, also ich finde schon, dass auch die Reicheren, also wir sind ja an der Privatschule, bis auf eben den Sohn der Alleinerziehenden, der ein Stipendium bekommen hat. Ich finde schon, dass wir da auch Eltern haben, die sich um ihre Kinder kümmern. Also so ganz schwarz-weiß ist es ja nicht. Was ist ja schlimmer? Findest du, die einen interessieren sich doch sehr für die Sportler-Tochter zum Beispiel. Ja, aber ich finde, da kommt, das kommt sehr spät zum einen, wo es eigentlich fast schon zu spät ist. Und dann gibt es eben noch diese Szenen, wo dieser Elternbeirat halt tagt. Und im Prinzip, sie sich halt mehr Sorgen drum machen, wo ist was vorgefallen? In der Oper oder im Theaterstück? Also ich finde schon, dass gerade die vermögenden Eltern wirklich nicht gut wegkommen in dem Film. Ja, das ist natürlich, das sehe ich auch. Ich meinte nur, dass sie sich um ihre Kinder sorgen. Aber guck dir doch mal an, also nur als Beispiel, also diese Alleinerziehende Mutter, wir nehmen einfach mal an, sie ist Alleinerziehend, weil wir vom Vater sehen wir nie was. Wie die mit ihrem Sohn auch redet und sich auch wirklich Sorgen macht. Und dieser eine Vater, der in dieser Villa wohnt, wo man auch merkt, dass seine Frau fast schon ein bisschen die Tochter auch beneidet, weil die es halt durchzieht mit dem Nicht-Essen. Wie der, natürlich auch Sorge auch, aber wie der halt die Tochter auch angeht und wie trotzdem wie kühl und distanziert auch die Beziehung zu denen. Ja, das stimmt schon. Aber es können ja nicht alle perfekt warme Eltern sein. Ich glaube, was Schlöcker meinte, war der Vater, der so engagiert war und das muss man dazu sagen, die Eltern haben ja, oder im Elternbeirat wurde entschieden, dass Miss Nowak an die Schule kommt. Also es ist ein, wenn du es so nimmst, ein Elternverschulden gewesen, dass diese Person eine Autoritätsausübung überhaupt machen konnte an Jugendlichen. Obwohl sie halt eigentlich keine, da war kein Hintergrund, Hintergrund Background. Ach Quatsch, was erzähl ich denn? Da war kein Background. Ja, ne, da war kein Background Check, so. Und das, was du sagst, der war ja eigentlich bemüht. Ich glaube, der war eher bemüht, sich selbst darin zu gefallen, ein trendy und woker Vater zu sein, aber nicht wirklich interessiert, was mit seiner Tochter wirkt, was in ihr vorgeht. Die waren alle super distanziert. Okay. Ja, kann ich, kann ich annehmen. Und ja, auch, und das, das ist eigentlich das, was ich so erschreckend an dem Film fand, war, dass es für mich am Ende ein Kollektivversagen war, denn keiner von den Erwachsenen hat Verantwortung übernommen, jedenfalls nicht rechtzeitig. Und es gibt da, wir hatten ja kurz erwähnt, dass es diese Schocker-Szene gab, aber die Szene, die mir viel bleibender jetzt noch im Kopf geblieben ist, war der Abspann. Also, man muss sich vorstellen, die sitzen da, am Ende sitzen Lehrer und Direktorin zusammen an einer Tafel und die Credits laufen und man sieht erst auf den zweiten Blick irgendwann, dass das kein Standbild ist, sondern diese ganze Inszenierung, wie sie da sitzt, die bewegen sich nicht. Also, die bewegen sich, aber nur so minimal, so, da wird die ganze Zeit drauf gehalten. Keiner von denen steht auf, keiner übernimmt jetzt Verantwortung oder geht in Aktion und das, das war eigentlich so, das, das fand ich krass. Also, da bin ich echt so rausgegangen, okay, krass. Das war unangenehm, das war unangenehm, dazu zu schauen. Ja, auch was wir ja schon hatten, dieses, dieses Religionsthema, weil die sitzen ja da wie beim letzten Abendmahl. Ah ja, das hast du gesagt, genau, das war das letzte Abendmahl. Ja, also. Ja, für mich gibt es zwei Punkte in dem Film, wo ich mir gewünscht hätte, dass der Film da ein bisschen mehr in die Tiefe geht, weil ich das fand, waren für mich die zwei interessantesten Punkte. Das eine ist, dass diese Miss Nowak ja auch bei der Direktorin am Anfang Anklang findet und die Direktorin ja dann auch versucht halt eben diese Null-Diät, nenne ich es mal, zu machen. Und diese sehr wenig essen-Diät und die Direktorin aber relativ schnell dann für sich entscheidet, ach nee, da habe ich keinen Bock drauf. Und du hast auch relativ klar kommuniziert und man merkt halt eben, dass Miss Nowak da auch gar keine Chance hat, zu intervenieren, dass eben sie da immer unter ihr steht. Und wie Miss Nowak darauf reagiert, fand ich ganz spannend eigentlich. Da hätte ich mir ein bisschen mehr, in Anführungszeichen, die Tiefe gegen gewünscht. Und, das sollte auch noch erwähnt werden, dass dieser Club Zero, ja, ich würde sagen, nach guter Hälfte der Spielzeit gehen ja ein paar Leute freiwillig raus, weil die sagen, was ihr gerade davor habt, dass ihr nichts mehr essen wollt, ist halt Schwachsinn. Und auch da hätte ich mir gerne gewünscht, dass man auch mal diesen Figuren ein bisschen mehr Zeit widmet oder da ein bisschen mehr reingeht, weil es so einfach wirkte wie so die dummen Schäfchen, die dann einfach zur Schlachtbank geführt wird. Das war mir ein bisschen zu wenig und da macht es der Film, finde ich, sich auch zu einfach. Ja, wobei ich sagen muss, das waren viele Charaktere und die Hauptcharaktere wurden ja auch mit ihren Familien mit beleuchtet. Und ich zum Beispiel fand es eher dünn oder schwach, dass die Miss Nowak wenig ausgeleuchtet wurde. Vielleicht sollte das auch eben dieses Mysterium darstellen, denn je mehr man den Charakter zeigt, desto mehr nimmt man ihm ja auch den Reiz. Also wenn man jetzt nicht die wahren Beweggründe weiß, warum jemand dann so handelt, kann das ja durchaus die ganze Zeit interessant wirken. Aber ihr Motiv war halt auch recht plakativ für den Film zumindest, denn sie hat sich ja selber offensichtlich als Auserwählte empfunden, da jetzt neue Schäfin zu rekrutieren. Und das fand ich so ein bisschen, naja, okay, hätte mir da irgendwie ein bisschen mehr Vielschichtigkeit gewünscht, so mehr Charakterdarstellung. Aber wie gesagt, also das muss man ja dann auch alles in den Film packen und es hat gereicht zumindest, um auch den Hergang, wie das alles schleichend beginnt und immer extremer wird. Ja, war es ausreichend tatsächlich. Aber ich habe so gedacht, ah, okay, jetzt muss nochmal eine Szene kommen, wo erklärt wird, was sie überhaupt, was sie bewegt, dazu bewegt. Ja, man hat es ja so ein bisschen angedeutet bekommen, also sie hat ja auch ihre Unsicherheiten und das war für mich schon in Ordnung. Erwachsenen gegenüber hat sie diese Unsicherheit. Ja, und auch, ich fand, was mich auch interessiert hätte, wenn wir jetzt so die Mängel ansprechen, sie behauptet ja, sie sei schon längst im Club Zero, was ja faktisch nicht gehen kann. Deswegen hätte mich das ein bisschen interessiert, das wird ja gar nicht kritisch hinterfragt. Das habe ich mich auch gefragt, aber gut, man hat Szene Essen sehen, also das wurde dann wahrscheinlich einfach vorweggenommen. Ich habe auch noch ein Problem mit dem Film, dass er, wie soll ich das jetzt ausdrücken, aber es gibt ja einen Grund, warum sie so hungern. Die sagen ja, sie tun es für, dass die Welt besser wird, weil die Ressourcen knapp werden. Und dazu sind diese Figuren, die da gezeigt werden, die sind sehr, also, die sind, einer ist, glaube ich, non-binär, würde ich sagen. Es ist so ein Balletttänzer, der wirkt recht feminin auf mich zumindest. Und das sind auch alle so non-conformisten fast schon ein bisschen. Und ich finde es ein bisschen, ich finde es irgendwie sehr schade, dass der Film es fast schon ein bisschen einfach macht, dass wir so Feminismus, Queerness und Non-Conformismus so ein bisschen halt mit dieser Art, dieses falschen Protest assoziieren. Aber das stimmt nicht ganz, es sagt ja, jeder hat ja seinen eigenen Grund. Und nur eine von denen macht das als Demonstration. Aber ich finde, das stellt der Film mir nicht genug raus. Aber das ist doch direkt, die werden doch indirekt gefragt, warum bist du hier in diesem Kurs? Eine sagt eben gegen Klimawandel, einer sagt, ich habe keinen anderen Kurs gefunden, ich will hier nur die Punkte. Eine sagt eben wegen Sport, ich will ein bisschen abnehmen. Da fand ich, das fand ich schon klar, dass jeder so seine Rolle hat. Und auch diese reiche Mutter, diese reiche Tochter, die ja auch sehr kontrolliert ist, die macht es ja offensichtlich. Also erstens ist die für mich keine, geht die nicht in die Richtung linksgrün versifft. Und sie hat eben auch eindeutig nicht diese Gründe, dass sie die Welt retten möchte, fand ich zumindest. Ja, die, die die Welt retten will, also ja, die, ach nee, jetzt spoiler ich. Die geht Skifahren. Ja, genau, genau, die geht Skifahren. Nee, genau, die geht auch noch Skifahren. Dieses Geschmäckle, dieses Geschmäckle, dass der Film da, weiß ich, irgendwie ideologisch, ich klinge halt ein bisschen mit die Kollegin Lida, hallo, Grüße. Liebe Grüße geht raus. Dass der Film da für meinen Geschmack einfach ein bisschen falsch abbiegt, hatte ich tatsächlich ein bisschen Probleme. Ja, das Geschmäckle kann ich nachvollziehen. Vielleicht, weil so viel Fokus auch auf die Figur, die du jetzt als non-binär, ich würde es nicht sagen, nur weil jemand feminin wirkt, muss er dann nicht gleich non-binär sein. Aber schon viel Fokus auf den legt und der hat ja auch sein Päckchen zu tragen, weil er einfach gefühlt keine Eltern hat, die ihm Liebe geben können, was er dann, wodurch dann eine Lücke kommt, die sehr leicht. Auch wieder schon, was aber auch wieder so ein satirischer Ansatz ist, weil die Eltern ja in Ghana sind und irgendwie Hilfsprojekte betreiben, aber sie dann selbst keine Zeit haben, um ihrem eigenen Kind zu helfen, sage ich mal. Das finde ich zum Beispiel auch so was, wo die Satire halt ganz deutlich rauskommt, meines Erachtens. Ja, weil sie auch noch ein anderes Kind haben, um das sie sich erkunden haben müssen. Ja, sie haben das andere Kind auch viel lieber. Ich meine, ihr wisst es ja beide, jeweils zwei Kinder, man muss sich beides entscheiden. Ja, man liebt ein Kind immer mehr, klar. Ja, das ist Satire, liebe Kinder. Ja, okay. Habt ihr noch irgendwas, was ihr zu Club Zero loswerden wollt? Ich finde es einfach schade, ich hätte, ich hätte, ich hätte Lust. Auf euer Fazit. Nein, okay, ich sage nichts, ich finde es schade, aber mehr habe ich, ich habe nichts Wertvolles und Gehaltvolles zu sagen. Meine Meinung ist quasi eine Club Zero der Meinung, die ich jetzt noch sagen würde vor dem Fazit. Okay, dann Fazitzeit und ich weiß nicht warum immer, schlocker, fang mal an. Oh Gott. Also ich habe mein Fazit ja, ich fand den Film, ich mochte das Thema sehr gerne, ich finde es total spannend. Er hat auch irgendwie auf dem Papier die richtigen Ansätze gehabt, aber er hat es für mich nicht rübergebracht. Vielleicht war ich einfach in der falschen Stimmung, aber es wäre kein Film, den ich irgendjemandem empfehlen würde. Ja, sorry Film. Emre, du siehst das anders. Ja. Also gut, ich finde es halt auch interessant, ich hatte ja mit Stu den auch nochmal besprochen, weil ich ja jetzt auch in einer anderen Phase bin mit meinem Teenagerkind und ich da schon das Gefühl hatte, okay, das ist, das ist auch ein kleiner Augenöffner, weil, ja, wie gesagt, ich habe das als Kollektivversagen empfunden, was der Film uns da zeigen wollte oder beziehungsweise nicht, sondern darstellen wollte. Und das ist da halt um diese, ja, Gratwanderung der Verantwortung, wie weit lasse ich mein Kind selbst ermächtigt sein Weltbild aufbauen und wann muss ich als Elternteil auch eingreifen und das auch rechtzeitig tun, bevor er sich ein anderes… Also wenn er erreicht hat, dass du als Elternteil… Mich das hinterfragt habe, ja. Ja, dann finde ich das super, das ist dann gut, wenn ein Film so… Ja, und mein Fazit ist halt, dass es ein konsequenter Film ist. Ich glaube, die Basis, die ursprüngliche Basis ist, glaube ich, die Geschichte vom Rattenfänger. Ich glaube, das war so, ich hatte das irgendwo in einem Interview gelesen, dass sie das als die Base verstanden hat oder haben wollte. Und man muss auch dazu sagen, es ist ein Arthouse-Film, ne? Also es ist jetzt kein… Und so fühlt er sich halt auch an. Die Figuren sind alle träge und alles ist dem so ein bisschen untergeordnet, ne? Diese skandinavische Bauhaus-Architektur, alles ist so steril und, ja, symmetrisch. Ich glaube, du hast es symmetrisch genannt, du. Hat die Tonalität von den Ulrich-Seidel-Filmen, die ich persönlich sehr mag, aber die auch schwer anzusehen sind. Und, ja, und ich meine, den muss man nicht im Kino sehen, da gebe ich euch recht. Aber ich glaube, wenn er irgendwo mal in einer Mediathek oder in einem Streaming-Dienst vorkommt, da kann man mal reinschauen. Das ist mein Fazit. Gut, vielen Dank. Dann sind wir hier mit euch. Vielen Dank fürs Zuhören bei Club Zero. Ab dem Moment, wann war es? Ende März im Kino. Konntet ihr ja selbst nachschauen. Wir sind jetzt hier durch auf jeden Fall. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Und wir haben eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de. Ich sage Tschüss, dann sagt die MJ Tschüss und der Schlogger gebührt das letzte Wort. Tschüss. Ciao. Hier kommt noch mein obligatorischer Werbeblog. Erst wird über den Film gemotzt, dann zecke ich mich hier hinten trotzdem noch rein. Ihr findet meine Sachen auf schlogger.de, denn ich schreibe auch Bücher, auch über Kommunikation mit Kindern. Und wenn ihr euch durch den Film angeregt fühlt, vielleicht ein bisschen mehr mit euren Kindern zusprechen, um zu gucken, wie deren Weltbild denn so aussieht und ob ihr da noch Einfluss drauf habt, dann schaut doch da mal rein oder auf Social Media unter dem Handel TheSchlogger. Habe ich noch was? Ja, Schlogger Shop auch. Aber das Wichtigste ist jetzt, ich danke fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Besprechung. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.